Seid gegrüßt, Zaya. Die Wüste erwartet euch. 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 Was gibt's? Hühnerfutter. Ein erträglicher Auferlust. Ja, hör. Wir haben keinen Sturz. Ja. Hühnerfutter. Ein Schiff für die Matten vorne. Hühnerfutter. Ja. 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 Manchmal hilft nur Muskelkraft. Ja. 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 Knochen, es werden Rekruten benötigt sein. 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 Ja, manchmal hilft nur Muskelkraft. Was wünscht ihr? Knochen, es werden Rekruten benötigt sein. 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 Knochen, ja! Knochen und Schick lutzt den Rekruten wie Ky� Kick! Knochen, es werden Rekruten benötigt sein. Seht euch vor, Rücher! Seht euch vor! Es werden Rekruten benötigt sein. Zauber getrunken. Man rückt den Lord zu Leibe. Nach mir viel Rhythmatik. Manchmal hilft nur Muskeln. Malestätisch. Die Leute verlassen den Tod. Was wünscht ihr? Auf ins Getümmel! Ja, endlich! Was gibt's? Den ganzen Weg? Eine Nachricht vom Kalifen. Bewegt eure Armeen aus der Reichweite meiner Burgwelle! Und zwar sofort! Ihr seid der größte Reichweite! Die Nachricht vom Kalifen! Bleib meinen Ländereien fahren, Ungläubiger! Bleib fahren! Wie soll das gehen? Ihr habt eine Nachricht vom Kalifen. Ich werde es euch schon zeigen, Ungläubiger! Speichern! Sieg! Die Nachricht vom Kalifen!